Was ich frage, ne? Sind die schon Gegner oder nicht? Platten findet man echt mittlerweile mehr als genug, ne? Das ist heftig. Shit, 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 shit. Der hat nen LKV und steigt einfach aus, oder was? Er hat den LKV, aber er steigt dann trotzdem einfach aus und schießt auf mich, aber auch ohne Deckung. Naja, ne? Das ist wahrscheinlich Next Level, das verstehe ich nicht. Noch nicht. Irgendwann werde ich es meistern. Da werde ich seinen Spielzug verstehen, aber jetzt ist dieser Tag noch nicht gekommen. Same. Das ist halt dieses andere Positioning, ja? Dieses andere. Das geht in meinen Kopf noch nicht hinein. Irgendwann, wenn ich alt genug bin, dann werde ich dieses Positioning verstehen. Aber dieser Tag ist nicht heute. Hä? Ach, guck mal, Digga. Der eine Typ ist tot. Der eine Typ ist tot. Ich hab ja... Ich hab ja ne Annäherungsmini geplaced. In seine Leiche. Und er ist tatsächlich gestorben, Leute. Er ist tatsächlich an der Annäherungsmini gestorben. Let's go. Oh, okay, Digga. Also er trifft auf jeden Fall ziemlich gut, muss ich sagen. Er hat auf jeden Fall ja Ghost mit. So, Leute. Wir holen mal den Hund. Ich weiß nicht, wo der Hund auf einmal herkommt. Man sieht's auch leider nicht. Aber komm. Digga, der Typ hat extrem krass getroffen. Kann das sein? Hat mir auch ganz und gar nicht gefallen. Okay, warum auch immer mein Heli durch die Wand gestorben ist. Meldung. Hier, ne? Leute, Hilfe. Helikopter. Stirb durch Wand. Meldung vorbei. Shit, Digga. Das war auch schon wieder close, hatte ich das Gefühl. Also hätte ich ihn nicht gesehen, Digga, dann wäre ich halt tot gewesen. In diesem Sinne close. Let's go. Let's go. Shit, Digga. Der unfassbar Reudige. Man nennt ihn auch den Reudigen, Reudigen. Wir haben noch vier andere Gegner. Langquadrat ist markiert. Feuer anfangen. Alles klar. Letzter Schlag gestartet. Einer nockt. Er hat schon mal kein Safe-Ess mehr, das ist schon mal gut für mich. Bring es zu Ende. Nee, guckt ihn euch an, Digga. Zieht euch rein, wo der Typ liegt. Oh mein Gott, er ist dumm. Er ist dumm und ich gewinne. 15 Hits. Let's go. Woo. Schönes Ende. Absoluter Kack-Noob. Liegt im Gras. Meine Güte. Ah, Leute, 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 Leute. Woo-hoo-hoo. Digga, da muss man erstmal drauf klarkommen, Alter. Was war los mit dem? Der chillt da im hohen Gras, wie so ein Pokémon, Alter. Er wurde auf meinem Heartbeat angezeigt. Ja, Leute, ich hab's komplett übersehen. Im Eifer des Gefechts, ich wusste nicht, ist rechts neben mir einer, ist links neben einer, ist vor mir irgendwie einer. Das Problem ist, dass man, so, ich wusste, da hinten auf dem Berg ist einer. Es hätte sein können, der Typ chillt irgendwo neben mir, hinter mir und wenn ich meinen Heartbeat raushol, dass er mich in dem Moment tötet. Deswegen wollte ich ungern mit dem Heartbeat rumlaufen. Bis zum nächsten Mal.